ARD Text im Auftrag von Funk Am professionellsten daherkommen, am coolsten, am lockersten, etc. sind meistens die mit dem meisten Dreck am Stecken. Und wenn ich mir mal hier sein Geheimlabor angucke und sein Geheimzimmer, finde ich, habe ich damit ziemlich recht. Also, sehr, sehr recht. Ein Skeleton. Im Namen Gustav. Wenn die Plage auf der Plinther nichts geht, hat der Mortimer einen Namen für seinen Anatomie-Skeleton. Das ist morbid. Oh, his right hand is missing. Looks like obsidian or onyx. Must weigh a ton. Strange. I don't recognize the alphabet. I wonder where the pictograms are from. It isn't Egyptian or Hebrew. There are two inscriptions on the sides as well as on the top. No way to know what's underneath. Absolutely no idea what it's for, but I find this cue fascinating. Können wir da nicht irgendwie mit dem Hammer draufhauen? An iron mask. I wonder who it's for. Es ist lockt. Aber wenn wir da nicht mehr rauskommen, dann müssten wir eigentlich da lang, oder? Ich würde auch am liebsten da lang. Aber mir fällt beim besten Willen nicht ein, wie wir hier wieder durchkommen können. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Looks like the same as the one on the other side. Okay. Das heißt, ich muss da... Moment, Moment, das sind... Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, null. Das sind zehn Seiten. Das wäre sozusagen eine Art... Dezigon, oder? Äh... Äh... De... De... Decagon oder so. Dezi wäre, glaube ich, weniger. Das ist auch egal. Äh... Wir haben zehn Seiten. Das heißt, wir müssten... Damit vorne das gleiche steht, wie hinterher, müssten wir hier jetzt... Acht, neun. Weil das ist ja ein umgekehrte neun. Weil da hinten, ne, wenn man diese nach vorne dreht, dann... Also neun. Neun. Ne, 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 ne. Eins. Genau. Weil dann müssen mich die neun... Ne. 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 Oder doch? Nein. Nein, 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 nein. Ist ja gar nicht wahr. Oh, wir... Wir probieren es einmal. Aber ich glaube, das ist falsch. Von der Logik her zu urteilen, muss es falsch sein. Das sieht aus wie das gleiche Mechanismus, wie der eine auf der anderen Seite. Ja, das hatten wir schon. Drück mal runter. Whoa, whoa. If the grid closes a bit more every time I enter a wrong date, I'd better not mess up again. It doesn't seem to be working. Oh, oh, oh. Schlecht. Das ist schlecht. Okay, pass auf. Um die neun nach da hinten zu kriegen, muss ich... Eins. Zwei. Drei. Scheiße, wie läuft das? Wie läuft das? Wie läuft das? Das sind zehn. Wenn ich jetzt die Null da habe, dann müsste... Ach, dann müsste die fünf auf der anderen Seite sein. Dann müsste da jetzt die sechs stehen. Sieben. Acht. Neun. Eins. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Null. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Gut, das heißt, wenn ich die... Ihr seid bestimmt schneller als ich, aber ich bin voll unter Druck irgendwie. Wegen dem da. Okay. Wenn ich die zwei habe... ...müsste dementsprechend auf der anderen Seite... ...eine... ...warte mal. Nein, das geht ja nicht. Ah, ich hätte gedacht... Ich hätte jetzt so überlegt... ...das vorn und hinten müsste im Prinzip immer zehn ergeben. Aber das ist ja nicht der Fall. Oder? Wartet mal. Wartet mal kurz. Ich... Ich... Ich versuche mir mal den ganzen Scheiß aufzumalen. Ich weiß, es ist... Ich weiß, es ist... Es ist ein wenig... Es ist ein wenig nervig, aber ich... Ich... Ich kann dich anders. Ich kann hier nicht versagen. Das geht nicht. Wie malt man denn ein... Ein Zehnergon, verdammt! Okay, das können wir knicken. Da kommen wir mir nur Kreise bei raus. So eine Scheiße. So ein Mist, aber auch... Aber es muss doch... Wenn ich hier jetzt die Acht habe... Neun... Null... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Habe ich jetzt die Acht auf der anderen Seite? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ja! So einfach ist es! Es ist so einfach! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Machen wir noch eine Probe aufs Exempel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt müsste die Null vorne sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt müsste die Fünf vorne sein. Das heißt... Wenn ich die Eins da haben will, dann... brauche ich... Moment... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Sechs. Gut. Wie war denn die Zahl? Elf, einundneunzig. Also brauchen wir hier die... Nochmal die Sechs. So. Hier will ich die Neun haben. Acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Und dann... So, jetzt müsste es genauso stehen wie vorhin wieder. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Ich trau mich gar nicht, aber ich muss. Ja. 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 Nennt. Mich. Gott. Gott. Leider haben wir den Vogel umgebracht, ne? Wer ist denn sein Bruder G? Da möchte ich nochmal hier in der Dings nachgucken, wenn das geht. Ich habe immer noch nicht gesehen, dass ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe so viele Regulärer in den Regulärern, für so lange Zeit. Das erste Mal gesehen habe ich das. Mortimer gives considerable importance to his origins. Oh, that's undeniable. Oh, the family tree. Hmm, G-Punkt? Let's see. All Mortimer's ancestors are called William-something-Mortimer. That happens a lot in noble families, but here it's systematic. Not a single generation ever breaks the custom. Looks like this family is very attached to their principles. Alright. For one, the women of the lineage are not mentioned at all. What a cavalier attitude. Right. Let's see, who else is there? I hope I don't make a mistake. All the descendants are called William-Mortimer. Only son, a descendant with a singular name. He also took a wife and had only one child. named William again. Another at random. William-Mortimer again. Only son, him too. born in 1573 and died in 1665. The Mortimers lived to a ripe old age, that's for sure. Discreet again. The summary states that he was an excellent merchant. And that towards the end of his life, he entered politics? The first William-Alexander Mortimer, he was born in 1131 and distinguished himself during the Third Crusade during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. He showed outstanding bravery during the siege of Saint-Jean-d'Acre. He died in 1211 in the country of Westford at the age of 80. What longevity. Nice. Nothing is mentioned about his wife. The direct descendant of William-Alexander Mortimer I was born in 1195 on his father's return from the Crusade. Only son, more discreet than his father, it states that he was widely traveled. He produced only one descendant named William-Michael Mortimer. He died in 1275. There's no chapter dedicated to his mother. Lord William-Alexander Mortimer. Lover of the arts and the sciences, he took up politics at an early age. After rapidly becoming influential, he decides to retire from public life in order to organize conferences reserved for the elite with the aim of finding answers to world problems. He's also an only son and the book doesn't mention any known descendant. Well, well, history of the Mortimer lineage looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. This seems to be the list of grants and sponsorships given by the Mortimer family. In 1489, the Mortimer family participates in the purchase of the Caravelle Santa Clara from Juan Nino, shipowner, on behalf of Don Luis de la Cerda. The vessel will be renamed La Nina. That's what I asked my, ask my... In 1567, the Mortimer family financed the brick works in Qin Hongdao in China fitted out with 51 furnaces three and a half meters high in guise of a protocol gift for Long Qing, the emperor of the Ming dynasty. In 1645, the Mortimer family allocated a pension to be passed down the generations to the Narac family from Bordeaux, shipowners and refiners from father to son, a family known for the expeditions to African America. From 1235 to 1280, the Mortimer family granted an annual pension to Albert the Great, Archbishop of Regensburg, in order to fund his research in the writing of De Mirabilubus Munsi, books about the wonders of the world. In 1513, the Mortimers financed an expedition of Ponce de Lyon to the New World. That was the expedition that resulted in the discovery of Florida, in fact. In 1772, Lord Mortimer made a donation of £112,000 to the attention of Achille Passemarin, major shipowner of Bordeaux, for the construction of a ship, the Clary. But that's Lafayette's ship. I thought he paid with his own coin. It's even been suggested that grants were given by the order, but in fact, that wasn't true at all. In 1635, the Mortimer family sponsored the Academy of Mersenne for 30 years in Paris for works in the sciences and in philosophy. That was generous, but not entirely selfless, when you think about Blaise Pascal, who developed the first calculated machine at the same time. From 1685 to 1720, the Mortimer family allocated an annual pension to Denis Papin for his brilliant works in pneumatics and hydraulics. That reminds me of spectacular experiments such as his first submarine, which didn't end all that well, if I remember correctly. In 1550, the Mortimer family financed half of the construction of St. Basil's Cathedral in Moscow, by way of protocol gift for Ivan IV Vassidievich, one of the most beautiful religious buildings ever built. Boah, alter Schwede, viel, viel zu lesen. Verzeiht mir, verzeiht mir, aber ich... Du musst so viel Informationen mitnehmen, wie es irgend geht. Ein Glück, Alpha Wand. Ich dachte, ich kann da vielleicht runterfallen. Das ist Sparta! Ah, äh, die... Ich würde ganz gerne... ...heb negative Effekte auf. Nimm mit. Gut, aber ansonsten haben wir hier alles, alles weggeholt, ne? Bitte raus, woher das Schwert stammt, das deine Mutter hat zurückgelassen hat. Aber das kann ich doch hier nicht machen, oder? Oh, Vogel, echt mal, es tut mir voll leid. Ich glaube, es tut mir leid. A painting depicting the Third Crusade. Es ist Titled Winter Before the Fall of Saint-Jean... ... ... ... Ach so, aber das war noch, das war noch was für den alten Kram hier. Ja, das ist das Ding hier, das den Glauben prüft, glaube ich, ne? Sehr komische Kacke. Okay, aber es ist... Es ist so schlecht, aber wir können nicht genau sagen, dass es in dem Stil der Zeitung ist. Gut, aber ich denke, wir sind hier fertig. Okay. 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 Ich habe den Albtraum gefunden, den Mutter erwähnt hat. Ich habe Waldo kennengelernt. Ich habe einen Weg gefunden, in Mortemars geheimes Arbeitszimmer zu gelangen. Ich bin ohne Probleme aus Mortemars geheimen Arbeitszimmer entkommen. Ich habe Waldo den Vogel in Mortemars Arbeitszimmer vergiftet. Es tut mir leid, Waldo. Verzeih mir. Ich hätte Jacques Perü unter seltsamen Bedingungen treffen können. Ja... Ja... Wahrscheinlich, wenn ich entweder... Wenn ich entweder das... Das Reinkommen vermasselt hätte, sprich, wenn ich Waldo nicht getötet hätte, oder aber beim Rauskommen, wenn dieses Gitter runtergeknallt wäre. Oder in beiden Fällen wäre vielleicht Jacques Perü dazugekommen und hätte uns erwischt. Maybe. Von daher, ich sehe es erstmal nicht als Misserfolg. Ah, so kurz vor Stufe 8. So kurz davor. Na wenigstens kriegen wir Punkte. Boah, ey. Logik. Will ich vollkriegen. Noch zwei Punkte. Für Politik oder Ablenkung. Ich darf kein Manuskript auswählen. Das haben wir schon. Manipulation. Hier haben wir eins für Politik. Wissenschaft. Etikette. Oh! 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 Boah! Oh! Okay, Ablenkung. Ich hab grad die Augen zugemacht. Gut. Nehmen wir so. Von Politik haben wir immer noch keine Ahnung. Macht nix. Gib ihm. Oh. 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 Dann auf jeden Fall Politik mitnehmen. Ah, hier hätt ich gerne, aber... Dann nehmen wir noch einen Punkt in Manipulation mit, ne? Und den nehmen wir auch mit. Wenn ich den Punkt in Etikette eigentlich ganz gerne hätte. Aber da brauchen wir auch fünf für die nächste Stufe. Von daher... Das ist schon okay, denke ich. Ne? Ne? Gut. In diesem Fall... Mache ich jetzt hier... Einen Cut. Und in der nächsten Folge beginnen wir Kapitel... Also das nächste Kapitel. Okay? Ich bedanke mich bei euch. Macht was Feines. Adios. Posse. Musik. keys. Musik. Musik.